Hey, Partypeople! Willkommen aus Graz. Ja, sind wir live jetzt auch aus Österreich. SkylineTV live. Diesmal aus Graz mit einer Begleitung, die die Idee hat, gleichzeitig auf ihrem Twitch-Kanal zu streamen. Shake her. Shakey will Nadine, wie ihr wollt. Also wundert euch nicht, wenn sie noch ein bisschen shaked heute. Und er hat noch eine Begleitung. Georg ist nämlich so freundlich und hat mich gefahren. Und Georg ist einer, bei dem er gemerkt hat, er ist hilfsbereit und hat den Stream auch verfolgt. Laut ein Trecker hier. Wer kennt das nicht? Man ist mitten in Graz und dann fährt da mal ein riesen Trecker dran vorbei. Das ist normal in Graz. Ach ja, wir fahren auf Straßenbahnen in Graz. Das können wir dann auch schon gleich abhaken. Und Busse. Busse. Kein Ringtennisverein. Kein? Nein. Oh Frankfurt. Guck mal, wenn wir uns so gegenseitig filmen, dann gibt es so eine Unendlichkeit. Genau, stimmt. Da geht das Internet kaputt. Adam betrachtet mit seinen Guides das Grazer Kunsthaus. Die Blase. Das Kunsthaus hat bereits geschlossen. Deshalb begutachten die drei ein Modell des Kunsthauses, das am Eingang steht. Auch diesmal geht Adam einer altbekannten Tradition nach und kommentiert einen Brunnen. Und da gibt es Leute, die dann diesen Ausschnitt nehmen aus dem Stream und einfach diesen Brunnen, diesen Ausschnitt dann hochladen. Und ich mach das dann in so einer creepy Stimme, dass man gar nicht dahinter kommt, dass ich dahinter stecke. Das heißt, wenn man bei YouTube BrunnenTV eingibt, dann merkt man gar nicht, dass es zu SkylandTV gehört oder dass es zu mir gehört. Okay. Ja. Willkommen bei BrunnenTV. Herzlich willkommen. Ich hab wieder einen Brunnen gefunden. Aber ich frag mich die ganze Zeit, was ist das hier für ein Brunnen in Graz? Was ist das für ein Brunnen? Ich hab die Leute gefragt. Der eine sagte, weiß er nicht. Der nächste sagte, weiß er nicht. Aber was hat er der dritte gesagt. Schoo another one. Schoooon another one. Schooooon another one. Schoona more. Schooooon. Na, bis dann. Tschüss. Das geht immer ein bisschen auf die Stimmbänder. Auf dem Tisch lag alles voll mit Kabel. Aber dazwischen waren so kleine Gerätschaften. Ja, ich hab so gesagt. Irgendwo an der Ecke. Okay, ich schau mal, wo viel Kabel rumliegen. Du sollst ganz klar etwas von Feig zu suchen. Hörst du die Stimme, die der sagt? Hier sehen wir Shakegirl, wie sie den Fluss filmt. Nach einem Gang auf die Moorinsel Kommen auf dem Weg in Richtung Schlossberg weitere interessante Objekte zum Vorschein. Hier haben wir Kunst. Wenn nicht Kunst, was dann? Jetzt! Schnell! Das ist die Mega-Challenge auf YouTube. Wir sind einfach bei Rot gegangen. Wie ist denn die österreichische Polizeisirene? Ich mache sehr gerne Wup Wup Wup. Deine Polizei macht Wup Wup Wup. Leute, wollt ihr ein Bier? Ist das jetzt die Bestellung oder Sachbeschädigung, wenn man versucht, ein Bier zu ziehen? Oder ist es beides? Ja gut, dich kennt man ja nicht. Stimmt, wenn du es machst. Schade. Kennst du das bekannteste Grazer Bier? Ja, Götze oder Puntigamma. Punti? Punti was? Puntigamma oder Götze? Puntigamma? Das klingt nach einem Kinderpflaster, nicht nach einem Bier in Graz. Das sieht cool aus mit dem Tunnel. Wie viele Stufen. Leute, wir werden kaputt sein, ne? Hallo, ich bin Deutscher. Ich bin Polen. Polen, ah, Gendor. Gendor! Ich bin deutscher, aber wir werden nicht mehr so sagen. Wir werden nicht mehr so sagen. Nein, wir werden nicht mehr so sagen. Nein, wir werden nicht mehr so sagen. Ich tue immer so, als wenn ich irgendwie sprachen kann. Und dann nicken die Leute immer aus Höflichkeit. Ich weiß nämlich, die Leute zuzuordnen, wenn sie aus irgendwelchen Ländern kommen, wo sie einfach nur nicken, obwohl sie gar nichts verstanden haben. Das ist ganz besonders gut in asiatischen Ländern. Dann tue ich immer so, spreche die Leute an, sag mal. Und dann nicken die und freuen sich. Oh, ich kann nicht mehr. Kurz Aussicht genießen. Nur, nur kurz Aussicht genießen. Aus dem Chat kommt die Bitte an Adam, einen Wutbürger nachzumachen. Sekunde, ich muss kurz jemanden durchlassen. Und die Situation ist, dass ihr doch was sollt. Die Merkel. Hallo. Ich stream in Full HD. Das sieht aus wie auf einer Mineralwasserflasche. So viele Berge sind hier schon. Aber als ich dann unten war auf den... Hügel sind das nur. Ihr habt Berge, da stehen die Kühe drauf. Also das sind Weiden, das sind so Gefälle. Und die Kühe stehen einfach auf diesen Gefälle drauf. Ich muss noch kurz ein Selfie machen. Shakegirls paralleler Twitch-Stream bricht ab. Adam streamt über drei österreichische Netze, ununterbrochen in Full HD. Sie steigen die Treppen hinab, damit Shakegirl weiter in SD streamen kann. Österreichische Bahn 5 Euro, Deutsche Bahn 15 Euro. Und jetzt frage ich dich, wer hat die bessere Bahn? Oder wer hat das bessere Toffifee? Österreich. Weil es besser schmeckt wahrscheinlich dann. Es schmeckt 10 Euro besser. Für eure musikalische Game-Unterhaltung ist jetzt auch gesorgt. Ist das wirklich Hitler? Du sollst nur Ohrkotzelschwolf sein. Ohr? Warte. Ohrkotzelschwolf. Ich weiß auch nicht, ob ich so ein guter Österreicher wäre. Aber ich versuche mich von der Sprechweise anzupassen. Aber ich glaube, ich klinge eher schwachsinnig anstatt, dass man irgendwie denkt, ich käme aus der Region, oder? Oder könnte es irgendein Bergdialekt sein? Du redest gerade wienerisch, oder? Wienerisch? Wienerisch, ja. Du bist der Armer mit dem Fahrrad stehen bleiben. Haben die jetzt nicht reagiert, weil die gedacht haben, ich komme aus Wien? Vielleicht, ja. Grazie mögen keine Wiener. Hier wird angemerkt, hier ist überall Halteverbot. Warum stehen hier... Oh, oh. Mal mal ganz geschwind wegfahren. Warum fährt hier so viel Polizei lang? Das ist jetzt schon die dritte Polizei. Meinst du, die haben uns auf den Kicker? Wir machen was Illegales hier. Wir sind gerade auf der Straße gegangen. Das ist alles Polizei. Ach, das ist das Revier hier. Wollen wir mal in die Polizei reingehen? In die Polizei reingehen. Das ist die beste Idee, die ich jemals im Stream hatte. Echt jetzt? Oh, jetzt regnet es richtig. Hier ist sogar Kamera, ne? Du hast... Wer hat gedrückt? Polizei wird gedrückt. Ja, alles gut. Wir haben hier einen deutschen YouTube-Star. Kann der was filmen bei Ihnen? Ob der bei uns was filmen kann? Ja. Das glaube ich jetzt, dass der dichter. Wir sind nicht voll aufgelachtet. Und das ist mehr oder weniger... Ach so, alles gut. Der ist nicht gefährlich da. Danke sehr. Danke schön. Bitteschön. Tschüss. Erstens... Es ist, glaube ich... Es ist geschäftsschädigend, wenn die Leute, die ich hier anschleppe, mehr Mut haben als ich. Zweitens... Es regnet. Drittens... Wie freundlich sind die denn, Alter? Hier ist ja wirklich jeder Freundlichen Graz. Der Freund ist jetzt der schönste Grazer Brunnen. Schöner Brunnen. Schöner Brunnen. Oder irgendwas... Geh, Alter, hör auf mit den scheiß Brunnen. Du hast doch mit die ganze Familie hingemacht. Ist ja gar nicht liebe Brunnen, denn der Brunnen ist schön. Na, aber die Tante wäre auch so gestorben. Es ist beschießendes Wetter. Bist du eigentlich da in Fuller Distream? Es ist beschießen. Scheiße, Schirm kaputt. Okay. Seht ihr mal, was hier für ein Wind ist? Du kannst hier am Automaten Rumpsteak für 17,50 Euro ziehen. Natürlich wird's im Automaten gekühlt. Aber sobald ich's in der Hand habe, ist doch die motherfucking Kühlkette unterbrochen. Vor dem prasselnden Regen flüchten die drei in das Lokal Propeller. Dort genießen Georg und Shakegirl ein Bier und Adam nimmt den einzigen Cocktail, den das Lokal zu bieten hat. Da haben wir zwei Sträume. Das ist das eine für Gas und das andere für Wasser. Wieso nennst du deine Facebook-Follower Bummspferde? Ich nenne meine Facebook... Du nennst deine Facebook-Bumms... Du nennst deine Facebook-Follower Bummspferde? Ja, mein Hund hat ein Bummspferd. Dein Hund? Liebe Zuschauer, danke, dass ihr Shakegirl empfohlen habt. Lasst mich bitte nächstes Mal wieder den Guide suchen. Das wäre super nett. Was macht man denn so in Graz am WE? Wahrscheinlich meint er da mit Wednesday Earth, also Mittwoch morgen. Und im Winter. Warum grinst ihr so? Macht ihr etwa nichts im Winter? Vielfalt. Ich bin mir bei Englern sicher, ob er zu trollen darf oder ob das Ernst drin ist. Adam, der Stuhl ist Lava. Ja, sag mal, seid ihr blöd oder was? Ich brauch doch nur aufzustehen. Jetzt stehe ich. Die Rufe aus dem Chat nach einem Einkauf am Fleischautomaten werden lauter. Leute, aber jetzt mal ganz im Ernst. Was soll ich mit einem Wohnstück Fleisch? Die Leute sind ins Gesicht klatschen, habe ich gelesen. Ah, hier sind Frankfurter Würstchen. 3,50 Euro. Vier Stück. Extrawurst. Ihr braucht doch immer so eine Extrawurst. Ich muss hier in den Schlitz was einführen, damit eine Wurst rauskommt. Hm. Nehme ich mal die 24. Ach, wie cool. Mit Fahrstuhl. Normalerweise bescheißen mich die Automaten wieder, aber jetzt habe ich es auf Video. So, habe ich jetzt immer noch einen Kredit? Oh ja, mein Kredit ist 6,50 Euro. Kredit. Kredit. Drück auf Restgeld, okay. Wechsel geben. Zurück geht es jetzt in die Bar. Ah, bitte schön, falls jemand möchte. Ich bin Vegetarierin. Was war in Englisch? Ah, du hast angefangen in Englisch zu streamen? Ja. Weil wir auch einige Englische Streamen haben. Ja. Aber ich habe noch nicht... Wann hast du angefangen? Ich habe angefangen zu pranken mit Englisch mit Jeren. Oh, es war nur ein Prank. Du, Checker. Bitte? Die Geräte. Irgendwo noch zu hören. Habt ihr ein Englisch? Während Shake-Girl uriniert, hinterlässt Adam auf ihrem Twitch-Stream Botschaften, die zu einer Sperrung führen sollen. Wenn die Shake-Girl komplett von Twitch gebannt wird, als kleiner Scherz zeige ich meinen Penis. Oh, ne, doch nicht, weil es zu dunkel ist da unten. Ach, nein. Was hast du denn da probiert gerade? Hast du gerade Brunntefa probiert? Adam und seine Kumpanen verlassen den Propeller in der Hoffnung, dass der Regen aufgehört hat. Oh, Scheiße, es regnet! Scheiße! Wir springen in HD. Ja, wir springen in Full HD. Ich muss das noch sagen, Full HD. Hi! Chillig sieht es bei euch aus. Es ist nicht so, dass wir irgendwelche komischen deutschen Penner sind, die jetzt hier in Graz meinen, sie müssten in eine englische Wohnung reinfüllen. Aber eigentlich ist es genauso. Alles Gute, tschüss! Wir hätten ihnen die Würstchen anbieten sollen. Sollen wir nochmal zurück? Ja, sicher. Hallo, da bin ich wieder. Gut, ich freue mich, ob ihr die Würstchen haben wollt. Die sind vom Automaten. Wollt ihr die haben? Nein, danke. Ich würde auch eins nehmen. Sind doch gut, der hat nur eines gekostet. Gib mir eins. Das ist vom Automaten. Lass dir ein Würstchen aussuchen, welches ich dann esse, damit die nicht denken, das wäre betrug. Scheiße! Scheiße! Lebensmittelverschwendung. Ich demonstriere denen nochmal, dass sie gesund sind. Are you from England? That's my channel. I'm from England. Oh ja, at your channel. Hello! Das Vertrauen der Studenten konnte gewonnen werden, sodass in den Gemeinschaftsraum einmarschiert wird. Can I offer you some Toffee-Fee? Do you know it? Yeah, it's okay. But you know this? Not the sausage. Not the sausage. Why do you get 50 Euro from the Deutsche Bar? Yeah, that's the question. That's what I wanted to ask you. I speak German. Ach so, ah, du sprichst Deutsch. How many students are living here? In this apartment or like in this building? Uh, 41. 41? Okay. That's the difference to Frankfurt, because they are living 600 in one building. It's very full. It's like a Flüchtlingsheim actually. Yeah, do you like it? Yeah, okay. The floor is never. The chat announced it. You have to do it. No, not a problem, you have to tell. Alle! Alla! Außer für mich. Okay. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber wie du ihn gerade in Full-HD? Ja. Das ist ein bisschen… Danke, macht es gut. Danke schön. Tschüss! Scheiß Schirm, scheiß Unretter, scheiß Schirm… Schirmreparateur Georg ist sofort zur Stelle, doch die Reparatur hält nicht lange. Ja, was soll ich denn machen? Oh, fuck. Ich bin voll fast hier. Oh, ich fühle mich so... Jetzt fühle ich mich wie diese ganzen Handy-Kiddies. Wir gehen gleich in die Straßenbahn. Es regnet. Was soll man machen? Ich hoffe, dass ihr euch gerade richtig schön einkuschelt zu Hause. Mal gucken, wie viel da drin los ist. Georg, hast du erwartet, dass hier mein Primärguide mit Schirm steht? Ach, wir streamen in HD. Sind Sie der Fahrer oder sind Sie der Security? Achso, wir wollen mal nur Späße für uns selbst. Wir sind Touristen. Ist das okay? So laut? Sind Sie extra angehalten dafür? Achso, Entschuldigung. Ich werde mir umgehend eine Drehgenehmigung besorgen. Wie gesegnet ist denn jetzt dieser Stream, wenn der Fahrer höchst besinnlich von der Straßenbahn geradeaus aussteigt, um Bescheid zu geben, dass das verboten ist, dass ich immer. Das heißt, er hat uns in der Kamera gesehen, wie wir mit unseren Kameras. Ja. Aber es wird langsam ein bisschen wiert. Und das nicht nur an deinem Schirm. Ich meine, du hast einen Schirm in der Bahn. Ach, nee. Meinst du, der ist durch diese Kamera aufmerksam geworden? Ich soll fragen, ob der Fahrer für seine Kameras eine Drehgenehmigung hat. Die sagen, Videoüberwachung ist verboten. Ach, da steht Videoüberwachung. Wir überwachen uns nur selbst, gegenseitig, unsere Selfie-Sticks. Meine Damen und Herren, bitte steigen Sie aus, das ist die letzte Station. Vielen Dank. Meinst du, ich soll dann nach vorne rennen und den Straßenbahnfahrer winken? Wie asozial wäre das denn? Was? Wie asozial. Bis gleich. Das bereue ich morgen. Warum? Das hier siehst? Du, du stiftest mich dazu an. Ihr, ihr Leute im Chat. Oh, die schreiben gar nichts Böses. Mir auch so verdächtig lange. Meinst du, der ruft jetzt die Polizei, um den Fahrverkehr noch weiter aufzuhalten? Da ist der Straßenbahnfahrer. Da ist er. Aber wer lacht jetzt über wen? Lacht er wegen meinem scheiß Schirm oder lache ich über ihn? Straßenbahnfahrer, wie ist die mit? Oh, er klingelt sogar. Hey, hey. Ich glaube, er hat trotzdem gewonnen, weil ich renne hier rum mit einem halben Schirm im Wind. Und der sitzt im Trockenen. Geht zur Polizei und sagt, ihr wollt einen Bahnfahrer in Full HD anzeigen? In Full HD anzeigen. Was ist jetzt passiert? Wir gehen, ob die ganze Zeit unsere Regenschirme repariert, ne? Polizei wird gerufen. Das ist eigentlich, ist es nicht Notrufmissbrauchstum? Nein, bitte. Schönen guten Tag. Adam Wolk ist mein Name. Wir sind live in Full HD. Ich wollte fragen, ob sie noch einen Schirm haben zufällig. Wir haben einen Schirm für Sie. Ja, genau. Nein, wir haben keinen Schirm für Sie. Ach so. Oh, nee, dann probiere ich es weiter in der nächsten Bude. Dann war das die falsche Bude. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ihr Schirm eskaliert wieder. Wir gehen jetzt zu Georg ins Auto. Ach du Scheiße, hier ist eine ganze Tanne umgefallen. Ach du Scheiße. Das ist doch keine Tanne. Das ist nur ein Busch. Nein, ein Doppelcheeseburger, bitte. Ja? Pommes. Pommes. Großte. Großte Pommes. Ja. Haben Sie hier Gutscheine, die 20 Chicken Nuggets? Ich komme aus Wien. Bitte? Ich komme aus Wien. Haben Sie diese Gutscheine hier, die 20 Nuggets? Hm. Ich muss mal schauen. Wer muss schauen? Sie müssen schauen oder ich muss schauen? Mit 20 Chicken Nuggets gibt es da leider nichts. 15? 15 Gigabyte. Äh, 15 Nuggets. 15 Nuggets haben wir auch nicht. Auch nicht. Was wäre denn die größte Größe? Diese Größen. Größte Größe gibt es 20. Ach ja, hätte ich gern 20. Das wäre super lieb. Wir streamen in Full HD. Full HD. Full HD. Das bringe ich. Alles klar, danke schön. Danke. Ein nasser Abend geht ungesund zu Ende. Abonniere und drücke auf die Mac-Glocke neben dem Abo-Button, um das leckere Komplettmenü von Skyline TV live zu bekommen und jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr live dabei zu sein. Das bringe ich. disciplesweise kreisende Musiker Qui allied mit return mit passiv treatments für goingman, bis 20 Uhr live dabei zu lernen. gray die家 erhöhen. crafts z협 der Po ampнут, is der einen Musiker von der Kellenm formulated. Nossa blau-Brșere und ändere sich mit den ça in vót. � situelle um bes juez mitmaintigung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017